Los geht's! Das ist wirklich eine extrem große Ausbreitung. Durch den Nebel wird der Effekt leider etwas erfälscht, aber ich kann euch sagen, die Raketen sind wirklich sehr gut. Dann zünden wir noch die restlichen. Also die Sterne kommen fast bis zum Boden. Und noch die zwei letzten. Ich entschuldige mich für das Bild, aber für den Nebel kann ich leider nichts. Ich entschuldige mich für den Nebel. Ich entschuldige mich für den Nebel.